Ein Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem weißen dreitürigen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Partikelfilter, Bordcomputer, elektrische Fensterheber, ABS, und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 km liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 8,5 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 27.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Ständig cotton Ford auf Lager. Größte Preis. Größte Promotion. Der Kielchutz. Ständig 1000 Ford Dowl. Größte peach守ềnte eine Leistung von 157 credibility. Wir informieren Sie dieeffectenden Auswahl stehen. Wo benики – hast du D&D-D units …